Herzlich Willkommen zu GÖSSI TV! Der Herbst ist eine der schönsten Reisezeiten. Einsteigende GÖSSI-Gar, zurücklehnen und die schönen, vorbeziehenden Landschaften geniessen. Unser umfangreiches Herbstangebot präsentiert sich sehr vielfältig, sei es das Meer, in den Bergen oder auch im Norden. Reisen Sie mit uns zusammen zur Insel Elba, der grössten toskanischen Insel. Romantische Buchten, kleine Dörfchen und viel Sonnenschein erwarten uns. Traumhaftes Kroatien, die schönsten Landschaften und Städte sind stetige Begleiter auf unserer Rundreise. Die Quarnerbucht, die Blitwitzersee, die dalmatinische Küste und vieles mehr. Insel Rügen, Hidensee und Kaparkona, feine Sandstrände, aus der Ostsee aufragende Kreidefelsen und Leuchttürme. Herbstzeit befreunden, so begrüsst uns die Kärnten, am Puls der Natur, in der Stille der Berge und trotzdem nur ein Steinwurf entfernt vom pulsierenden Leben. Genussreis Steiermark, kulinarisch höchste Qualität und landschaftlich traumhaft schön. Nicht umsonst, sagt man dieser Region. Die steirische Toskana. Sizilien, die Königin der Insel. Mit dem Gossi First Class Luxusgar geht es Mitte Oktober auf die grösste Insel im Mittelmeer. Buchtereiche Küste, Tempelanlage aus der Antike und Städte mit herrlichen Barockhäuser. Alle weiteren Ferienangebote finden Sie unter www.gossi-garreise.ch Aber auch zu unseren beiden Kataloge Gossi First Class und begleitete Flugreise für 2014. Auf Wiedersehen auf bald und einen von unseren Top-Morernen Gossi-Garren.